Wo seid ihr? Ach da! Ach da! Sagt es doch, Junge! Meine Güte, weiter geht's. Let the Spaß go on. Wo, hier? Es lag doch nicht immer hier! Könnt's doch ein bisschen präziser sein, Junge. Gold. Vielleicht ist das der Vorteil, wenn man blind spielt, man geht einfach alles ab und findet dann auch alles. Na. Ja, wo denn? Ach da. Aber man findet jetzt vielleicht nicht alles, aber es fühlt sich doch an, als würde ich einiges finden. Nee, ich bleib hier. Ist mir alles suspekt, hab ich keine Lust drauf. Merkst du selber, ne? Was haben die jetzt damit zu tun? Lass sie doch ihren Mechanikertraum ausleben. Lass sie doch, Max! They have a dream! Ich überleg euch meinen Schusswerfdingsangriff machen soll, aber ich weiß nicht. Und scheiße, zielen die schlecht, wenn man sich das mal anschaut. Die zielen ja wie... Also, nein! Grauenhaft! Falle zu Boden! Bitch! Und down! Der Hitman ist down! Oder so. Ähm... Ja! Ist richtig! Let's-a-go! Kann ich hier raus? Muss ich hier raus oder muss ich zurück? Okay, ich muss zurück. War denn noch nicht hier? Gibt's noch was? Ich wette! Komm, komm, komm! Wuhu! Teil... 2? 3? 2? Der SRF 40! Wup, wup! Dubstep! Wup, 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 Wу-was? Zwar nicht sehr Dubstep-mäßig, Loni, aber egal. Du wirst Ahnung haben! Voll eine Zaun geklatscht, egal! tot scheiße, naja so, wir sind wieder healthy hinter einem Gitter verstecken ist auch sehr interessant, Max erklär mir das mal mich wird interessieren, wie das funktioniert so, spring, Bitch na, komm her hallo ey, wie ich den getroffen hab, das kannst du mir halt nicht erzählen, einfach ja, okay, war klar, aber ich hab den halt übertrieben weggefickt, bitte spiel, please so wo seid ihr, Wixer, jetzt nächster so genau, das kann doch nicht angehen, die armen Kinder denk dann an all die Kinder und er auf dich von mir zu verstecken verstecken zu wollen last kill gut, dann erklärt sich auch der Spruch von vorn, von cool let's go, Amigo you like that should be a bit quieter in here yeah, es ist nice yeah, ich kann sehen, warum du wirst du hier weg, Max es ist echt charme isn't es so, guck, ich habe ein paar Freunde in Queens wir können da ein paar Tage ein paar Tage Queens want a job yet, Max so here we were miles up the Tiete River looking for what we did not know Max you listening Max so like I was saying I think they're a group called the Kraschapret why'd you tell me they were called the CS they are I mean Fabiana she was kidnapped by the CS the guys that crash that little party at the stadium they were a group of paramilitaries you'll have to forgive me for not being able to follow all this you're not supposed to follow it the government can't even follow it it ensures that no one's ever guilty so why'd they do it? bust us at the stadium somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money anyway the money's gone just hope we can get the girl back yeah me too wonder where the hell she is you know there's a harbor about a half a mile up she's gotta be there this is a known Comando Sombra area you know if I've been doing my job properly we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch that's what we tell ourselves, huh? it's all our fault it's all our fault no I'm serious by the time they grabbed the girls I was half cut I ain't slipping man I'm slipped I'm a bad joke Max, we work private security we're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys we all have our reasons why we became ex maybe now we can put things right, okay? so that was it, was it? say the magic word and be absolved of your sins if only shit were that simple I'd have done it years ago me, I'd been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was hey Max, quit your daydreaming this is it it's over there I cut the engine, glide in don't go anywhere go anywhere Untertitelung des ZDF, 2020 So, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch machen will, die Aufnahmen, weil normalerweise, ist es unserer, weiß ich nicht, normalerweise sollte man die erste Aufnahme, also die erste richtige Aufnahme nicht so lang machen, dass man eventuelle Fehler korrigieren kann. Andererseits, ich, ja, dann halt nicht. Ja, also, äh, aber ich hab ja vorher schon genügend, äh, hier, genügend getestet praktisch, von wegen Aufnahme und so, und ich hoffe mal, ich kann ungestört noch ein bisschen weitermachen. Wo muss ich eigentlich lang? Soll ich da wirklich rüberspringen da hinten oder nicht? Scheint so. Ja, springe ich halt. Warte mal, jetzt will ich noch mal gucken, kurz. Ähm, Einstellungen, Steuerung, Tastatur, vorwärts, rückwärts, sprinten, okay, STRGL, schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre, rüberklettern ist E, gut. Danke. Sprinten. Und E. Ach, toll, wir sind jetzt in Part 8 oder 9 und ich weiß es jetzt, danke, wahrscheinlich Part 8. Das sind Fragen, die man sich auch, die, die dürfen, müssen gestellt werden dürfen, aber ist doch egal. So, searching for the gold man. Dann halt nicht. Ja, wahrscheinlich. Genau, unten getroffen, aber oben abgebrochen. Komm, wenn man nicht mit Logik fehlt oder so. Hier hinten. Hier musste was sein, das gibt's ja nicht. Wie spät ist eigentlich, hab ich eine Uhr? Drei Viertel Drei. Also, also nachts, ist ja klar. Warum auch nicht? Kann ich rüber? E. Okay. Ja, drei Viertel Drei. Ich sollte vielleicht langsam mal Schluss machen. Aber ich hatte dafür, macht zu viel Spaß, das ist behindert. Paradox, ich weiß. Ich wollte eigentlich noch nach rechts gucken, da war bestimmt was Geheimes. Ach, Dreck. Ich konnte nicht verstehen, aber ich musste nicht. Ich musste nicht. Die riechsten Hüte sind auch das gleiche, von hier zu Timbuktu. Der Schlag von Fleisch auf dem Boot war sicherlich der Boss. Serrano, sie haben ihn gezeichnet. Und es war, dass unsere Verständnisse richtig waren. Fabiana war hier. Einmal weiterer vor. Ich musste sie schnell und ruhig finden, wenn möglich. Das letzte, was ich wollte, war eine Party mit diesen Kläuten. Ja, ich gehe immer wieder zurück. Ach, komm schon. Ach, scheiße. Ach, so ein Scheiß. Soll ich mich töten lassen? Wäre vielleicht besser. Andererseits vielleicht war es gar nicht vermeidbar, das weiß ich nicht. Aber vielleicht musste ich, äh, vielleicht war es zwangsläufig so, dass sie hier ankommen und mich abfacken. Und springen! Bam! In your motherfucking face. Bitch. Ach, ich genieße es. I love my life, oder so ein Schrott. Hier hinten? Nein. Es ärgert mich, Mann. Ich wollte da noch, ich wollte noch gar nicht durch die Tür eigentlich. Direkt. Hier was? Nee. Ich sollte vielleicht eher nach Gegnern ausschalten, als nach goldenen Munitionsteilen. Also Waffenteilen. Also, weiß schon. Hello, friends. Gut, dann nicht. Nicht sehr gastfreundlich, aber hey, just saying. Just saying. I'd seen enough to know that Fabiano is at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Ich glaube, wir verstehen uns, Kit, oder? Painkiller, und los. One. Two, okay, der war schon tot. Nummer drei wartet noch, Nummer vier und fünf auch. Genau, wir haben ja sonst nichts zu tun. Beinshot. So. Die Bitch. So. Gold, Gold, Gold. Nein. Habe ich damals übersehen? Nee. Vielleicht ist das Spiel auch nicht so großzügig. Das kann auch sein. Ach, Painkiller, okay, danke. Ja, genau, egal, komm. Abgelaufene Medikamente haben auch immer sehr viel Wirkung. Das ist sehr interessant, Max. Sterb. Okay. Eins. Zwei. Drei. Danke fürs Mitspielen. But sorry you lose. So, ist da jetzt jemand? Muss ich da lang? Nein. 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 Ich dachte gerade, er steht in der Luft und so WTF, aber nein. Alles geht mir Richtung Ding. Gingern zu. Lecker. Das waren bestimmt die Abgelaufenen. Das waren die Guten von Ikea. Für 2,99. Weiß ich nicht. Ich sollte mehr auf die Gegner achten und weniger auf, naja, Nebensachen. Schön weggerollt, Max. Sehr toll. Kriegst eine 1 in der B-Note. Das kann auch nicht sein, dass dir nichts versteckt ist. Ihr wollt mich doch verarschen. Was ist das? Vielen Dank.